hallo meine lieben heute habe ich gedacht dass ich euch eine neue rezept zeige es geht um nudeln ist ein rezept das vielleicht für viele von euch klassisch ist mit tomaten mit speck das stammt aus zentrum italien eigentlich wie carbonara aber nicht aus rom wie die carbonara sondern aus einer kleineren stadt namens amatrice und so ist die pasta la matriciana klarerweise ich mache das mit den zutaten wir hier in österreich finden mit speck original wurde man brauchen guanciale das ist eine besondere fettreiche speck ihr werdet sehen ist ganz einfach und schnell gut wie immer habe ich sehr lange gesprochen fangen wir an zu kochen so 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 so